Asymmetrisch! Wow! Bist du gerade runtergefallen? Ja, aber... Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft ProCraft und ja, ich bin jetzt hier gerade nämlich, weil ich muss jetzt hier nämlich mal ganz dringend, hier habe ich nämlich so gemerkt, dass ich... Aufs Klo. Das auch? Nee, äh... Hast du schon gemerkt hab, dass ich hier meine, dass ich hier mal echt ein bisschen Truhe bauen muss, weil ich jetzt hier wirklich ein bisschen überfüllt bin so langsam einfach. Nee, ich hab keine Lust mehr. Wer von euch will angeln? Angeln? Nö, ich hab keine Lust auf Angeln. Keine aus dem Schwein, die möchte angeln. Ich hab Hunger. Ja, das ist eigentlich immer recht cool. Aber man kann die scheiß Angeln ja nicht mal verzaubern. Oh, nee, das ist so traurig. Ja, da kann man ganz schön ordentliche Sachen generieren. Ja, aber... So, erstmal hier alles aus dem Inventar raus, was ich nicht mehr brauche. Oder gerade nicht brauche. So, jetzt geht das besser. So, ich hab den Plan mit meinem Dach übrigens aufgegeben. War mir zu doof. Wieso? Weil's einfach nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Oder ich bin zu doof. Letzteres wird's wahrscheinlich der Fall sein. Hm. Deswegen mach ich jetzt was anderes. Oh, nein. Ähm. Oh. Oh, oh. Ins Loch gefallen. Oh. Einiges! Was? 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 Einiges? Was? Hä? Ich hab in deine Truhe geguckt. Ach. Lass meine Truhe in Ruhe. Nein. Der lootet schon wieder. Nein, ich mach gar nichts. Nein. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hä, wo bist du denn? Jetzt steht hinter dir. Gott, bin ich blöd. Jetzt steh ich hinter dir. Ach du Heiliger. Hat's weh getan? Was soll ich denn mit dem Fisch? Ja, ich bin kein Fisch, du Affe. Rangel woanders. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ja, so eine Angel ist ganz cool. Hau ab. Hau ab. Ich werde, glaube ich, jetzt mal ein paar Hühnchen aufschlitzen. Hau ab. 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 Ich muss komplett einziehen. Ich glaube, wir müssen bald wieder schlafen gehen. Kann das sein? Ja, und wir müssten mal so ein Villager-Dorf finden. Ach so, das NPC-Dorf. Ja. Dann such mal. Das wäre recht cool. Du hast doch sonst nichts zu tun. Ja, hab ich auch nicht. Du weißt einfach nichts anzufangen mit deinem Leben. Das ist dein Problem. Ja. Und jetzt haben wir dir hier schon eine Aufgabe gegeben. Du musst dir auch mal nachkommen. Ja, mein Leben ist ganz schlimm. Ja, ist es das? Ja. Das sehen alle anderen anders. Nee, glaube ich nicht. Junge, mach doch was aus deinem Leben. Nee, muss ich ja nicht. Ja, ich muss erst mal Salat aufwecken gehen. Ja, eben. Oh Mann. Ja gut, dann gehen wir kurz schlafen, würde ich sagen. Jo, machen wir das. Okay. Okay. Oh, das ist ein Schalz. Oh. Ich könnte jetzt einfach wieder aufstehen, das wäre richtig assi. Und wir warten und warten und warten. Oh, jetzt wollte ich los, schlafen schreiben, Mann. Oh, bist du langsam. Nein, weil ich hätte gerne Kartoffeln und Karoten. Du Kartoffelkopf. Das wäre schon Cools. Cools? Ja, Cools. Cools. Belli-Lul. La 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 la. Wir haben schon wieder ganz schön viele Eier geschissen. Ich mache Eier. Ja, ich tritt die ganzen Hühner jetzt mal zusammen. Du tritt sie zusammen. Und dann haben wir Essen. Das ist schön. Oh, da hat schon wieder eins gekackt. Dann bist du also heute unser Koch. Ja, ich kümmere mich gern darum. Schön. Mann, ihr seid ja so unselbstständlich. Ich hätte dann bitte etwas Steak und dazu noch ein bisschen Reis und sowas. Ja, du kannst auch gerne nichts haben. Ich koche doch nicht selber, also mache Eier. Oder Steak. Die am rumkreischen sind nur, weil sie auf Fresse gekommen. Da kenne ich noch so jemand. Fühlt sich bloß gerade angesprochen. Das ist das Gute. Ja, ich merke gerade. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Oh. So, I need eat. So, habe ich Glas? Ich habe nur zwei Glas. Das ist kacke. Nur zwei Glos. Zwei Glos, ja. Ich brauche mehr Glos. Ist vorne noch Kohle drin? Ja. Ja. Ich habe auch noch Kohle in Ding rein. Kohle, 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 Kohle. In die, 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 die. Die, 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 die? In die Box. Oder in die Tour. Oh ja, hier ist noch was drin. Ja, und jeder fragt sich, der gerade bei mir guckt, was wird das denn bitte? Weil das sieht gerade irgendwie echt komisch aus. Es sieht komisch aus. Ja, ich gebe vor allem keine Kommentare dazu ab, um mal zu erklären, was ich eigentlich vorhabe. Okay, ich versuche das mal zu deuten. Ich komme dann mal vorbei. Danke ist es, schaffst du nicht. Alter, wir haben gerade aus drei Stacks Eiern nur ein Huhn bekommen. Das ist doch, nee. Du machst irgendwas falsch, ne? Ja, das ist so ein scheiß Glück. Haben sich es deine Eltern auch gedacht? Nee, nicht unbedingt. Ey, ich sollte echt mal aufhören. Ich bin einfach... Immer so fies zu sein. Mich das auch noch beigt. Ja, mich juckt das halt einfach gar nicht. Ich klau mir noch vier Eier von dir. Es sieht aber auch schön aus hier, was du machst. Weil du scheißt. Hier ist ja eh kein Ei. Hier machst du Glas hin, ne? Das wird eigentlich alles Glas, ja. Sehr schön. Der Glasbau. Und vor allem hier auch. Hier kommt auch Glas rein. Was macht das? So, ich hoffe, mein Glas ist jetzt fertig. Ich bin gerade auch ein bisschen unkoordiniert, muss ich ehrlich zugeben, aber das wird... Wir haben nur noch einen Huhn? Ich sag doch! Aus drei Stacks kam nur ein Huhn! Leute, warum wollt ihr dann, dass ich für euch Broadcrafte, wenn ihr hier die ganzen Hühner kippt und euch da schön Hühnchen reinfällt? Er hat die Hühner getötet. Ich hab gar nichts. Natürlich hast du. Ja, oben hab ich 29 Hühners rein. Das ist ein Ob. Das erlaube ich dir mal. Komm, 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 komm. Ach, hier sind ja noch 37... Toll. Was ist? 37 Glas. Toll. Ich hab dir gesagt, ich hab irgendwann mal Glas gemacht. Ja. Kann ich jetzt auch mal ein bisschen glasen? Brauch Holz. Holz Kopf. Holz. Holz. Holz mir das Holz. Jetzt sieht das Haus schon ein bisschen besser aus. Ich hab da irgendwas vergessen, sehe ich gerade. Jetzt sehe ich das gerade. Hoch. So, so, so. Hm. 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 Das muss ich irgendwie noch besser. Ah ja, ich hab das Holz vergewaltigt, kann das sein. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Weil. Ring. Und runtergefallen. Kann ich hier, ja hier kann ich rein. Ups. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Verlaufe ich mich schon in meinem eigenen Haus. So gut? Ja, es ist gut, bestimmt. Das ist gut, aber nicht schön. Glas. Da mach ich noch ein Fenster hin. Was hab ich denn da gemacht? Vier bereit. Eins, zwei, drei. Sechs, sieben. Hier mache hier. Da. Ein Glas. Da noch ein Glas. So, warte, wo waren das? Jetzt nochmal mit dem Steinbruch da hinten. Ja. Und dann... Habe ich noch ein Fenster. Ein Fenster? Ein Fenster. Ich brauch doch ein bisschen Licht in meinem Bunker. Sieht kacke aus irgendwie. Irgendwas fehlt da. Irgendwie ist das nicht synchron. Das weh. Synchron? Ja. Synchron. Synchron vor allen Dingen. Du meinst... Du meinst symmetrisch. Nein, synchron natürlich. Also. Also bitte. Passiert mir auch öfters, wenn ich so Folgen schneide, dass ich so denke, boah... Schade, der Sound ist mit dem Bild überhaupt nicht symmetrisch. Nein! Asymmetrisch. Wow! Wow! Bist du gerade runtergefallen? Ja, aber ey... Wow, war das knapp. Ich hab mich gerade noch so beim Runterfallen an eine Leiter festgehalten. So irgendwie, keine Ahnung. Aber das wäre sonst voll für mich gewesen gerade. Aber da unten ist doch Wasser, ne? Echt? Ja. Nein! Ich hatte gerade Sauschiss, weil ich ja nicht wusste, was da unten... Ich bin einfach nur da nachgelaufen. Und du hast mich gerade runtergeschubbt. Gibst du, Alter. Was? Hab ich nicht. Du hast mich runtergeschubbt. Hallo! Nein, hab ich nicht. Vielleicht sollten wir etwas Glas drüber machen. Schade. Aber endlich wieder Spaß hier in der Folge. Ich dachte so beim letzten Mal... Weißt du, das kann ja so nicht angehen. Das ist echt ein bisschen fies, was ich hier abziehe. Und dachte so, ja... Jetzt hast du es schon vermisst. Jetzt hast du es schon vermisst, ey. Ja, schon so ein bisschen. Schon ein bisschen. Nur ein bisschen. Lecker schmecker, das schmeckt. Was? Schon wieder am Essen, oder was? Nee. Ich weiß nicht mehr, aus was ich den Scheiß hab, aber auf irgendwoher wieder. Könnte RTL sein. Ja. So was guckst du? Nee. Nein! Ich schau relativ wenig Fernsehen. Du guckst nur Bildungs-TV, ne? Warte, hat jemand Glas eigentlich? Ja, hab ich da. Was ist denn Bildungs-TV, Jungs? Das ist RTL. Was? Wo ist Glas? Hier fällt gerade runter von oben. Nein, es geht kaputt! So. Ich hab mich beschlossen und durchgerungen, auch ein Haus zu bauen. Das wird einfach ab. Boah, ey, du voll. Ey, immer diese Scheiß-Nachmacher, Alter. Nein, mir ist aufgefallen, ich muss immer so weit laufen. Das gefällt mir nicht. Ja, das ist dein Pech, ne? Ja. Ja, du doof gelaufen würd ich. Ja. Aber weh, du baust jetzt dein Haus genau neben mein Haus. Also, ich hab hier auch mein Grundstück gekauft. Da kann mir keiner mehr was davor bauen. Mir gehört der Server, also darf ich machen, was ich will. Na gut, dann spielen wir halt nicht mehr mit dir. Ist auch okay. 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 Wenn ihr spielen wollt. Kannst ja gerne allein auf deinem Server spielen, auch wenn er dir gehört. Du musst den sowieso mal wieder schauen, wann ich den verlängern muss. Ja. Nicht, dass aber immer alles weg ist. Ja, eben. So, nach 20 Folgen, zwei Wochen weg. Ja, Leute, sorry, aber der Server ist weg. Sorry, ne? Tut mir leid. Das ist halt, tschüss. Aber das war's dann jetzt so, ne? War ja, ne coole Zeit, ne? War ja cool, ne? Aber ist leider vorbei. Ja, ja, ne, ich krieg da immer E-Mails vorher, aber... Dann musst du mal deinen E-Mail-Postfach checken, ne? Ne, iPhone sagt doch immer, ey, Huren sind, du hast E-Mail. Und dann gucke ich da so drauf und denke mir so... Wenn ich dein iPhone wäre, würde ich dich auch Huren so nennen. Man kann Siri dazu bringen, dich irgendwie zu nennen. Ja, sexy, ne? Ich weiß. Ich hab dem Handy meiner Freundin beigebracht, dass es mich Master of Universe nennen muss. Oh! Like a king. Ich hab keinen Schaufel mehr. Ja, Pech hier habt. Such dir eine eigene. Bau dir eine eigene. Also irgendwie sieht's irgendwie doch nicht so geil aus, wie ich dachte. Irgendwie bin ich gerade wirklich von mir enttäuscht, ja. Doch, schon. Ja, doch, etwas noch. Er sieht kacke aus, ne? Muss ich schon mal zugeben. Ja. Er steht einfach auf seinem Haus. Ja, sieht kacke aus. Von oben herab. Also irgendwie ähneln das Haus schon ziemlich meinem, oder? Was? Was? Alter, guck mal prozentual meine Fensterfronten zu deinen an. Guck mal hier, wird gegangen. Nein, aber dieser grobe Aufbau, ne? Bin ich behindert? Nein. Hier, guck mal. Hast du was gegen meinen groben Aufbau? Hä? Nein, hab ich nicht. Hau ab. Hast du was gegen meinen groben Aufbau? Nein! Nein! Ja. Aber bin ich behindert. Ist ja nicht der einzige mit Werkzeug in der Hand. Ah, so sehen wir das also. So, hier könnte man noch einfach ein Tool hinmachen. Ne, ist okay. Ist okay, ich hab's verstanden. Ist okay, ja. Hast du verstanden? Komm mich doch nochmal besuchen, ne? Ne, hab ich keine Lust drauf. Komm, komm, komm. Nö, das ist nicht schöner. Komm. Nein! Komm, 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 komm. Komm. Äh? Kommt doch einmal. Alter, lass sein jetzt. Hör auf, bin tot. Danke. Ähm. Ich wusste doch nicht, dass du so empfindlich bist, Mann. Braucht der Herr Luther eigentlich noch Glas? So, warte, wie viel? Was hattest du alles? Entschuldigung, ich geb's dir sofort wieder. Hallo? Jetzt ist er eingeschnappt. Na, super. Ich krieg's ne Kamera, ne? Hier, komm, du kriegst doch alles wieder. Mach doch keinen Stress. Ähm, hier, zack. Zack, zack. Oh Gott, dauert das alles loszuwerden. Ich hab hier elf Glasfills. Ja, es war voll. Ja, es war, es war auch vor allen Dingen keine Absicht. Und ich hab noch gesagt, hör auf, hör auf. Oh nein, du machst mein Mann. Ja, das kennt man doch so. Ja, immer drauf, ne? Komm, ganz ehrlich, also, als ich das erste Mal Sex hatte, hat sie auch so gemeint, ach komm, jetzt hör doch auf, hör auf. Ich sag, ach komm, halt dein Maul. Das brauch ich nicht. Ja, wie, jetzt nur, weil du es nicht brauchst, gibst du es mir wieder, oder was? Also, das ist ja... Ach, die Höhe. Ja, das nehm ich. So. Weil die Dame schlafen. Ich war nicht, das war deine. Okay. Und Holzzaun war immer jetzt. Wir sollten jetzt mal wirklich einen Nicht-Töten-Pakt machen. Ja. Ja, das wär cool. Gut. Mit dir redet keiner. Doch, mit mir redet jeder. Oh Mann, ey. Und da soll ich schlafen gehen? Ja, können wir machen. Gut. Okay. Und zwar jetzt. Also, genau, jetzt. Jetzt. Und dann schlafen wir hier ein und dann ist auch die Folge schon wieder vorbei. Genau. Ja, jetzt. Seh ich auch so. Seh ich auch so, ja? Ja, gut. Und damit einen wunderschönen... Auf Wiedersehen. Guten Abend, guten Morgen. Und tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020